Oh, Steini, ich muss dir was zeigen. Hab ich durch den Dings bekommen, durch... Ähm, Season Pass. Lange Unterwäsche. Brauche ich was? Hier, Steini. Warte, ich bin noch im Shop, ich komme sofort. Sieht ja schwul aus. Weg damit. Ich bin hübsch. Was wird so? Na, wo sind deine Mädels? Alter. 1 zu 1, ey. Alter. Ähm, das war gar nicht das, was ich... meine Mädels? Ich bin noch keine Überletoid. els verwende ich mir genau. Ich bin noch nie, wie du da noch noch einceksinst kann. Aber noch nicht das Porf skies? ich habe einfach mal was probiert das wird sich alles noch mal ändern aber ich habe gerade eine frau umarmt ich habe gerade ich habe gerade jemandem wehgetan ach so ich dachte wirklich überhaupt ja war auch so hast du wirklich wieder das das oberteil von eben an welches oberteil von eben ach so das kann man jetzt falsch verstehen ja ich habe ich habe ein bisschen was ausprobiert das problem ist man muss halt glaube ich echt lange bei den sachen stehen damit man was wirklich toll passendes zusammen hat wo ist er dann am pier steht er guckt ihr den mal an mir geht's gut ich bin gerade auf dem weg zur arbeit geführt weißt wie du aussiehst wie heißt er wer hat auch so diese mütze auf der 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 ollenfeder ich habe ein boot gefunden aber auch eine boot wo kann man hier so ein dampfer klauen also es gibt ähm boote die du steuern kannst glaube ich kanus gibt es glaube ich und kleine boote ja kanus das wusste ich das ist ja langweilig ich würde mir gerne mal das da vorne anschauen das ist ein dampfer aber da komme ich nicht hin ein ist gesperrt oder was ähm ne ne ich schaffe es einfach mit der ausdauer nicht was ist das was ist das ist ich habe echt ein hecht gefangen fang mich fang mich was rotflossenhecht 595 gramm ähm ist der süß siehst du das äh warte der haut mir auf die backe ja der ist hübsch der haut mir auf die backe bist du wie ich vorhin auch oder oh guck mal hier ist ein regenbogen ja ja ich wie ramondisch blö hm 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 okay oh ich muss was essen wieso muss ich was essen oh shit sorry entschuldige 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 ich tu dir auch nichts entschuldigung es tut mir leid es tut mir leid steini ich will mich nur entschuldigen bei ihm wirklich entschuldigung darf ich liebenswürdig zu ihm sein aber so liebenswürdig wie ich immer zu stimmen ok im hintergrund hört man nur noch ein schuss nee da ist runtergefallen stein ich glaube er kommt zu dir steine steine stein hier kann nämlich hauen was das genau du kannst mir doch nicht erzählen dass ich jetzt mit einem stück käse schon wieder ein hecht stein ich habe auch ein fisch steine ich habe auch ein fisch es will er mich töten nein er will mich verpetzen ich tu dir nicht viel außer dass ich dich hier festhalten werde hör mal zu kumpel bleib einfach hier tschüss viel spaß was können wir hier noch machen so viel werden wie der grad geschlagen hat muss das ein dicker wie warum renne ich menschen um ich tu euch doch nix bin so lieb so wenn ich den fisch hab können wir weiter jetzt gibt es auf der jetzt gibt es die straßen klopperei ey ey oh man fisch komm ich schneller ich will auch voll euphorisch nicht ich glaube ich brauche deine hilfe ich versuchts komm her warum nehme ich den auf das habe ich doch gar nicht gemacht komm her Junge so was darfst du schon wieder ein hecht hab gerade zwei typen verprügelt der hat einfach auf mich teile gesammelt so entschuldigung ja ja reiten sie weiter alles gut ich hab gesagt reiten sie weiter ich hab gesagt reiten sie weiter ich hab gesagt reiten sie weiter anlegen jetzt jetzt provozieren wir leute komm mal gucken was wir machen was da für leute wollen und los ey hast du den gerade steine geht richtig ab ähm ähm ok der verrückte ach so ich glaube die schießen du hast ja auch ok dann lass mal gucken ey Ich hol dich wieder. Ja, Chef. Es kommen mehr. Lass uns in dem Dings verschanzen, im Saloon. Ich hab mir nur ne Trophäe geholt, Chef. Äh, was? Ne Hut. Da kommen immer mehr. Ich bin im ersten Saloon drinnen. Ich guck nicht so entsetzt. Jetzt spielen wir hier Assassin's Creed. Wir sind auf der Suche nach uns. Ja, aber es kommt keiner. Da hinten ist einer. Glock mal an. Kommt her. Wow. Oha. Oha. Oh, Mann. Lass es dir nochmal schmecken, Kumpel. Ich hatte gerade... Du hast meinen Beilauf gesammelt, glaube ich. Ne, ich hab nur einen Beilauf. Einen Kriegsbeil müsstest du eingesammelt haben. Oha. Ich komm ab. Freu mich. Ja. Steh auf. Wir haben gerade richtig Bock auf uns. Und ich. Ja, ich bin nur mit Nahkampf unterwegs. Ähm. Wo sind denn deine Waffen? Ey, Kumpel. Ja, ich... Ich hab die Waffen noch, aber ist sehr langweilig. Ach so. Ja. Ich hab auch noch ein Messer. Oh, Mann. Den wollte ich gerade abwerfen. Okay. Wir sind mehr auf dem Weg, wollte ich nur sagen. Ja, kannst ja immer gucken, wie lange wir durchhalten. Alles klar. Hab einen getötet. Wir sind die geheimen Messermörder. Oh, nein. Was? Wie kommt der denn hinter mich? Ach, Leute. 3-Dollar-Kopfgeld. Kann ich jetzt sterben? Oh, jetzt hab ich einen Kriegsbeil aufgenommen. Ah, ja. Dann ist das, was ich verloren hatte. Der Babsar. Oh, ich soll mich vielleicht auch hochheilen in der Zwischenzeit. Ja, ja, ja. Aua. Gut, dass du dich dazu gemacht hast. Der einzige, der hier, der cool, der wirklich cool ist, das ist der Typ hier hinten am Klavier. Guck mal, der Typ. Guck mal, was ist das Ding? Die Kugel fallen rein und da. Hä? Jo, er kommt wieder in Schwungblindel. Hat er dich? Ja, instant. Aber auch so, dass man mich nicht wieder belegen kann. Oh, mich aber auch jetzt. Mich hat der Dude auch. Schade. Mich hat der Dude auch. Erwischt. Zack, bumm, weg. Sack, Stanur. So, Maske runter. Wir waren das nicht. Okay. Haben wir noch mal Kopfgeld? Was ist denn hier? Jo, ich komm hier nicht rüber. Ah, hier ist noch ein Waffin-Shop. Schellungsmission annehmen. Oh. Erledige die Räuber. Ja, erledigen können wir. Aber gerade bewiesen. Ja. Oh, nee, das ist falsch. Hier. So. Mhm. Haben wir hier vielleicht so einen schönen? Ah, nee. Und der wäre natürlich hübsch. Hm? Mhm. Was ist das für einer? Was hast du gemacht? Ich wollte, ich habe das Assassin-Creep zu ernst genommen. Hast du gerade... Und... Jetzt wird erstmal hier per Hand ausgeteilt. Bewusstlos. Oha. Jetzt geht es hier aber ab, ey. Ich bin noch shoppen. Alter, wie viele Gegner sind das denn? Was ist das denn? Passt dazu? Ja, komm. So. Okay. Komme. Ich höre die Schüsse nur. Was ist hier los? Wendet ihr die fremde Person? Wo ist die ganzen Lübs? Ähm. Das war nicht ich. Wir sind da vorne. Das ist unser Mann. Hallo. Hallo. Könntest du mir einen Ruhig rausgeben? Komm mit. Okay. Retten wir ihn. Nananananananananananananananana Batman. Heinz Hans. Dein Heinz Hans ist auch da. Wo willst du... Achso, du willst... Oh ja. Hey, komm mal her. Bring dir die fremde Person zum Anwesen. Kam wohl daher. Ich wüsste, wie ich hier hinten rauskomme. Mit Pferd. Mit Pferd. Mit Gerd dem Pferd. Guck mal, mein Pferd ist so schlau, kann sogar Türen aufmachen. Oha. Jetzt geht's los. Oh wow. Er hat mal wieder eine Bruchlandung gemacht. Ich auch fast. Ich komme. Ich bin dir... Wow. Ich bin dir hinterher. Nein, weg. Ja, nein, weg damit. Danke. Nein, weg damit. Könnten Sie bitte Ihre Sachen da wegstecken? Danke. Ich bin dir ganz nah. Was ist sie tun? Uiuiui. Frank. Jo. Weniger Probleme. Ja, mehr Probleme hier vorne. Komm. Da kann es auch nicht helfen. Ich habe mich mal wieder gelegt. Achso. 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 Ich sollte meinem Pferd auch mal wieder... Was zu essen geben. Müssen rechts rein. Wie schnell bist du? How low can you go? Ja, ohne Ausdauer. Sehr langsam. Sehr gut. Oder nicht sehr gut? Gut. Gleich sind wir da. Perfekt. Das ist sehr gut. Ähm. Ähm. Ach, wo das Anwesen noch nicht abgebrannt war. Diese Zeiten. Pass. Caliga Hall. Oh. Guck mal mein Pferd. Ja. Das zwergt. Ich habe ein zwergendes Pferd. Don't drop that damn bad damn. Ey. Don't drop that damn bad damn. Alter. Oh, hier ist... Hier ist ein... Co... Collectible. Bonjour. Herr Collectible. Was haben wir denn da? Eine weitere Tarotkarte. Ich wollte den Busch fangen. Ich muss übrigens meine Sachen mal wieder pflegen hier. Oh ja, Waffenpflege muss ich auch mal wieder machen. Mhm. Ach, das kann man selbst machen. Wie? Ähm, du gehst in das Waffenrat. Hat gefunden. Genau. Und dann... F und dann R. Ja, genau. Wenn das so bei dir ist, genau. Muss man einmal schön durchpflegen. Der geht's gut. Oh, ich... Ich... Putz mein Rohr. Was? Du putzt dein Rohr? Du bist aber eklig. Pflegen. Pflegen klingt immer besser. Oh, das sieht doch schön aus, das Gewehrchen jetzt. Ah, meins noch nicht. Bin noch dabei. Und das letzte. Super. Jetzt sieht's wieder gut aus. Ah, bei mir auch alles wieder super. Hippitoppi, was machen wir jetzt? Hehehehe. Wir haben hier wieder eine Mission bei Alden oder bei... Kommen wir rein, mal zu Fremden. Da gibt's nur eine fremde Person irgendwo. Ah, das ist Roger in Kambodscha. Und los! Und los geht! Jiiiihaa! Jippie! Jajaj Schweinebacke. Jippie jaj Schweinebacke. Hier gibt's wieder so ein Rockstar Event. Was ist das für ein Rockstar Event? Vielleicht machen wir eins. Können wir auch machen. Soll ich den Abschluss? Präsentierte Serie? Okay. Ich hab's mal angenommen für uns. Also das hier. Oh, ja. Geil. Ey, geil, ey. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Das erste Mal? Ich hab das noch nie gemacht. Obwohl ich schon so viele Stunden Red Dead gespielt hab. Ja, hunderte. Ja, 200 Stunden fast. Gucken wir mal, was passiert. 4 Wallis. World Time. Valentine ist auch ne geile Stadt. Ist ne hübsche Stadt. Valentine, Saint Denis. Hübsch. Beide. Wir warten. Na los, dann warte doch mal. Team Shootout. Eine klassische Schießerei mit Teams. � Verhaar. Tiscan對啊. V�� M��isk. ich wollte das. Kation. Wir opportunities im様 Mustang Gang. Wariken? Wir orphanen die Ohr-Tai.